Krom ist bereit. California Krom war am Donnerstag in Maidan in einem Handicap einfach eine Nummer zu groß für die Gegner. Ohne Mühe gewann der US-Star seinen Aufgalopp und untermauerte seine Favoritenposition für den Dubai World Cup am 26. März. Eine ähnliche Route schlug vor acht Jahren auch Curlin ein, der nach einem Handicap-Start später den World Cup gewinnen konnte. Larissa Bies ohne Fortun. Am Donnerstag gab Larissa Bies im Al-Rayan-Park in Doha ihr Figentry-Debüt. Leider war die deutsche Amazone dabei nicht mit Fortuna im Bunde. Auf dem von Ibrahim Al-Malki trainierten Milliken kam sie über die Meile auf der Grasbahn nur als Elfte und damit Letzte an den Zielpfosten. Von ganz außen muss Mario Hofers Rogue Runner am Samstag in der His Highness The Emir's Trophy in Doha auf die 2400 Meter gehen. Das ergab die Boxenauslosung am Donnerstag. Es wird nicht leicht zu gewinnen, so der Trainer, der mit seinem jetzigen Crack nach dem Rennen zurück nach Deutschland reisen wird. Ein weiterer Start in Dubai ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich.